Hallo Leute, wie ihr vielleicht wisst, mache ich gerade Mathe-Tutorial-Videos für YouTube und im Moment produziere ich die Moderation dazu und zwar bei mir zu Hause in meinem eigenen Zimmer. Das sieht inzwischen aus wie ein richtiges Fernsehstudio. Ich kann es euch mal zeigen, hier mit meinem Handy. Das hinter mir ist kein toller, besonderer Hintergrund, das ist eine ganz normale weiße Wand und hier der Rest meines Zimmers, der sieht auch nicht so aus wie sonst. Ich habe hier eine ganze Ladung Scheinwerfer, vier Stück insgesamt und weil ich sehr, sehr viele Moderationen hier aufzeichnen muss und ich mir diesen Text natürlich nicht komplett merken kann, habe ich mir was kleines gebaut und zwar das hier, das ist die Kamera hier hinten, die habe ich mir nicht gebaut, aber das da vorne. Das ist ein sogenannter Teleprompter, hier unten habe ich ein altes Handy und hier habe ich eine Glasplatte eingebaut, so vor die Kamera, dass der Text hier läuft und ich kann den Text ablesen und trotzdem in die Kamera reingucken. Also das gibt es in professionellen Fernsehstudios auch oder zum Beispiel bei der Tagesshow oder der Heute-Show oder sowas und sowas habe ich jetzt auch in klein, das funktioniert so mittelgut und ich bin schon sehr gespannt, wie das da nachher im echten Video aussieht und so irgendwie sieht es dann später mal aus. Sieht ganz cool aus, der weiße Hintergrund. Also ich wünsche euch eine coole Woche und bis bald!